Wer hat danach erstmal nicht gewusst, was er damit anstellen soll? Ja, doch weniger. Gut, für die, die das noch nicht wussten, ist Remote hier. Was macht man mit so einer Root-Kiste überhaupt, wenn man sie erst einmal hat? Und viel Spaß damit. Moin. Ja, ich habe heute den Web-Server Security 101 eingereicht. Das dreht sich darum, dass ich vor, na, das dürfte 2005 gewesen sein, also gut zwölf Jahren meinen ersten Server damals gemietet habe, von einem sperrlichen Taschengeld damals noch. Das war ein Debian mit einem Plesk dazu. Das ist so ein lustiges Konfigurationstool, das man hinten auf so ein Apache aufschraubt, teuer Lizenz kostet und in der Bedienung fragwürdig ist. Wenn man gerade mit Linux anfängt und sich so einen Server ins Web stellt, weil man irgendwie von Freehostern die Nase voll hat, weil man keinen Bock mehr hat, ständig Werbeframes eingeblendet zu bekommen oder sonst irgendwas. Und dann anfängt mit dieser Technik zu arbeiten, ohne wirklich Ahnung davon zu haben, stolpert man immer mal wieder über so ein paar einzelne Dinge. Und ich habe mich entschlossen, das mal in so ein bisschen in einen Vortrag zu packen, um Menschen eine Idee zu geben, wie man mit so einer ganz neuen Kiste eigentlich umgeht. Die grundlegende Frage ist eigentlich, was läuft eigentlich schon auf dem Ding, wenn ich es übernehme? Es gibt eine ganze Reihe von Optionen, die einem normalerweise der Hoster anbietet. Wenn man einen Dedicated Root kauft oder auch meistens nur einen V-Root, dann hat man je nach Anbieter eine Auswahl an Betriebssystemen. Manchmal kostet das extra Lizenzen für den Windows-Server zum Beispiel oder auch vorgefertigte Images, entweder die, die das Betriebssystem mitbringt oder die, die speziell vom Hoster angelegt werden. Diese Images können je nach Anbieter wieder Softwarepakete vorinstalliert sein oder es sind komplett blanke Sachen, auf denen meistens nur ein SSHD-Server läuft und ansonsten noch nicht viel. Und eigentlich ist das so der Startpunkt, wenn wir das Ding bekommen, einfach mal gucken, was läuft da mit Netzdatten ein bisschen rumstochern, sind da schon irgendwelche Listen da am Laufen? Je nach System mit JUM, ABT, DPKG, was man halt gerade am Packet Management rumfliegen hat. Gucken, was ist da eigentlich an Software schon installiert, so brauche ich, also der Trend geht ja zum dritten Web-Server auf der gleichen Maschine, aber brauche ich den wirklich? So ist der Cherokee noch nötig neben dem Nginx und dem Apache. Und dann kann man vielleicht auch Programme finden, die man gar nicht mehr braucht und die Listener aufmachen. Ganz gerne, diese Images sind nicht up-to-date und ich habe da die Erfahrung gemacht, dass einige Hoster keine automatischen Updates haben. Das heißt, wenn die Maschine provisioniert wird, werden nicht sofort Updates eingespielt. Da warte ich auch noch dazu, das einmal zu prüfen. Das geht ja relativ easy mit dem jeweiligen Paketmanager wieder. Und man sollte gegebenenfalls den Host-Key der Maschine austauschen. Es gab da einen etwas bekannten Fall in den letzten paar Monaten, wo ein etwas größerer Hoster es geschafft hat, über einige Monate, Jahre hinweg bei den Deployten-Maschinen den gleichen Host-Key zu hinterlegen. Was wollen wir auf der Maschine im Moment drauf? Was wollen wir installieren? Wir haben erstmal die Domain fuba.com und möchten auf dem Server einen Apachen installieren. Also Common Web-Server. Wer hat mit Apache angefangen damals? Na doch einige. Wer hat mit Apache 1 angefangen? Bekommt ihr Seniorenrabatt auf der Veranstaltung? SSH? Man kann so einen Server mit Telnet managen. Heutzutage eher unpraktisch. Ist meistens natürlich schon installiert. SFTP, um so Daten auf so einen Server zu pushen, kann man auch mit einem sogenannten FTP-Server machen. Die Älteren werden sich erinnern. Das ist so eine Technik aus den 90er Jahren zur Datenübertragung, die heute nur noch in Agenturen oder irgendwas mit Medien praktiziert wird. IP-Tables, das ist so eine lustige kleine Firewall, die kernelseitig in den meisten Linux-Distributionen mitgeschippt wird, also mit eingebaut ist und die man benutzen kann, um so ein bisschen das rein und raus in der Maschine netzwerktechnisch zu kontrollieren. Fail-to-Ban. Fail-to-Ban ist ein kleines Mehrzwecktaschenmesser im Bezug zur Log-Auswertung, so mehr oder weniger Aktion, Reaktion. Und ein Audit-D, der meistens auch schon Bestandteil des Kernels ist und dessen Demon meistens auch schon läuft. Anfangen tun wir aber mit den Basis-Usern. Eine Sache, die ich beim Systemstart damals verpeilt habe zu überprüfen, war ein Blick in ETC-Shadow und ETC-Pass-WD. Um einfach mal zu sehen, ob da Service-User installiert waren, stellt sich heraus, ja, der Provider hat auf jedem Root-Server einen Service-Account. Nachdem ich mir einen zweiten Root-Server gemietet hatte, war zu dem Zeitpunkt klar, ja, er hat auch auf jedem dasselbe Passwort. Das war 2005, wir erinnern uns kurz an die Hashing-Algorithmen zurück, die es zu diesem Zeitpunkt gab. Das haben sie mittlerweile geändert und auf Key-basierte Verfahren umgestellt. Man sollte grundsätzlich mal damit anfangen, einen eigenen User anzulegen. Wir haben hier das Beispiel für den Herrn Frank Nord, kurz FNord. Dann sollte man als nächstes gucken, ob der Apache, wenn er denn schon installiert ist, unter einem eigenen User angelegt ist. Das ist häufig Apache oder www.data. Kann auch HTTP sein, je nachdem, was man als Betriebssystem verwendet. Und für den FTP-Upload legen wir uns einen User SFTP Nord an. Wie so einen eigenen User? Bei SFTP ist es so, dass wir über den SSH-Server gehen. Und da ist ein eigener User wichtig, denn den kann man in ein lustiges kleines Gefängnis sperren. Das ist ja Root-Jail. Und über dieses Jail kann man dafür sorgen, dass der nirgendwo anders hin kann. Da komme ich später nochmal zu. Da hängt auch noch ein bisschen Food mit Gruppen hinter, wie man das so drehen kann. Dass selbst wenn mal jemand die Kontrolle über den User, unter dem die Webseite läuft, erlangt, nicht wirklich was damit anzufangen ist. Einsteigen möchte ich jetzt mit Fail-to-Ban. Fail-to-Ban ist, wie gesagt, ein Tool zur Log-Analyse, das im Wesentlichen nichts anderes tut, als regelbasierend von euch gesagt zu bekommen, da ist eine Log, guck da rein und wenn da folgendes drin steht, tu Dinge. Das funktioniert zum Beispiel mit dem Apache relativ ganz gut, mit dem Apache. Der kann in einer Access-Log zum Beispiel Sachen rauspumpen, die kann Fail-to-Ban parsen. Und ihr könntet zum Beispiel, das ist ein bisschen punktlos, jeden, der diesen Server anspricht, weil der Apache logkt die IP-Adresse mit, wenn ihr ihn richtig konfiguriert habt, mit Fail-to-Ban weiterverarbeiten, regelbasierend eine Reaktion darauf auslösen und diese Reaktion kann sein, so IP-Tables, schiebt den mal irgendwie zur Seite, ban den mal. Als Beispiel habe ich das hier, das ist von meiner privaten Kiste. Die Liste setzt sich ungefähr über vier Bildschirmlängen nach unten fort. Das sind alles Web-Scanner. Jede einzelne dieser IP-Adressen ist irgendein System, das irgendeinen Fuh machen wollte, nach bestimmten Schlagwörtern gesucht hat oder irgendeinen anderen Mist veranstalten wollte, zum Beispiel Spiders oder Search-Engines, die ich nicht haben will. Kommen wir zu SFTP und FTP. Wie gesagt, das ist Datenübertragung per SSH. Man hat den Vorteil, dass wir keinen weiteren Server installieren müssen. Wir haben signifikant weniger Angriffsfläche auf dem gesamten System, weil halt ein weiteres Programm fehlt. In den vergangenen 15 Jahren haben sich diese Programme stark weiterentwickelt, aber es gab relativ häufig Fälle von anfälliger FTP-Software, die gegen Exploits, die gegen verschiedene Dinge verwundbar waren. Also man konnte teilweise bis zur Remote-Code-Execution gehen dabei. Und SFTP bietet uns einfach den Vorteil, dass wir mit einem zusätzlichen User und dem internal SFTP, den der SSHD mitbringt, die Möglichkeit haben, Daten auf das System zu kopieren und dabei nicht nur Passwörter zu verwenden, sondern halt das Ganze auch per Public Key abzusichern. Das ist ein bisschen fraglich, welcher Kundenstamm sozusagen davon betroffen ist. Das kann man auf dem privaten Server machen, das kann man auf dem IT-Abteilungs-internen Server machen. Wenn wir mit Marketing zusammenarbeiten, wird es grenzwertig. Das ist eine Frage davon, wie man seine IT-Organisation intern aufstellt. Bei uns hat die Erfahrung gezeigt, dass wir mit dem Passwort im Moment noch besser fahren. Nächster ist der SSH-Zugang. SSH wird der Server mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon installiert haben. SSH Secure Shell bietet eine verschlüsselte Alternative zu Talendat, um mit seinem Server zu kommunizieren, da eine Konsole aufzumachen und auf dieser Konsole Dinge zu tun. Ist im Prinzip so eine Art Haupteingang in den Server. Das heißt, wir können da die Kontrolle über die Shell übernehmen, wie man das halt von den Linux Notebooks kennt. Es gibt für den Open SSH, was auf den meisten installiert ist, relativ wenig Exploits. Also in den vergangenen Jahren sind in den NSA-Papers sogar Daten geliegt, dass die sich dazu genötigt sahen, den Server, auf den Open SSH läuft, auf den sie Zugriff haben wollten, irgendwie anders aufzumachen. Dann Open SSH von innen zu patchen, um sich dann Zugang zu verschaffen, weil sie von außen nicht reingekommen sind. Das Ding ist ziemlich defensiv designt und bietet uns die Möglichkeit, im Prinzip ziemlich sicher mit dem Server zu kommunizieren. Das hängt davon ab, wie man ihn natürlich auch wieder konfiguriert. Was ich mit viel Lärm meine, ist, wer so einen Server schon mal betrieben hat und mal in die Access, wer von euch hat schon mal in die Access-Log von so einem Web-Server geguckt, auf dem nichts läuft? Nur mal, weil er da vorbeigekommen ist und geklopft hat. Ja, zum Beispiel nicht in der SSH-Log, aber so auf dem Web-Server. Ganz normal in der Access-Log. Das ist Lärm, der da stattfindet. Das ist richtig viel Lärm. Eure Domain ist noch nichts, da ist kein Content erlegt, da ist gar nichts. Stress drauf. Gleiches mit dem SSH-Port. Deswegen, wenn möglich, den Port verschieben, also von 22 weg. Wenn man ganz hart drauf ist, kann man auf dem 22er trotzdem einen Listener setzen, der nirgendwo hinführt und da fällt der Band hinten dran an, koppeln. So, bup, nee, du nicht mehr. Funktioniert wunderbar. Bis man mal verpeilt, dass man den Port selber verschoben hat. Ich kenne niemanden, dem das passiert ist. SSH hat, wie gesagt, Hostkeys. Den Hostkey sollte man einmal ändern. Hat man heutzutage die Auswahl zwischen einem RSA und einem ED25519 basierenden Hostkey. Zu den Begriffen komme ich später noch. Der Hostkey ist im Prinzip die Identifikation. Das heißt, wenn ihr per SSH euch verbindet, das erste Mal, dann wird so eine Abfrage aufkommen. Und in dieser Abfrage wird drinstehen, möchtest du diesem Key vertrauen? Und wenn ihr ja sagt, dann wird dieser Schlüssel eingespeichert und für diese IP-Adresse bzw. Domain, das ist unabhängig voneinander, als valide eingetragen. Das bedeutet, sollte sich irgendjemand mal eure Domain zu eigen machen oder unter der IP-Adresse eine andere Maschine stehen, wird er zum SSH-Server connecten und der Hostkey wird nicht mehr stimmen. Und aus diesem Grund wird er dann sagen, okay, der Maschine vertraue ich gerade nicht. Warnung, Hostkey hat sich verändert. Kann man natürlich acknowledgen, aber man ist auf jeden Fall gewarnt. Dann habe ich den etwas unübersichtlichen Punkt Config. Config ist ein bisschen weit gefasst. Es gibt beim SSHD ungefähr, über den Daumen gepeilt, 200 Optionen, je nachdem, wie man das kompiliert und zusammengebastelt hat. Die wichtigsten sind, dass man, das ist in der Standard-Config nicht drin, sowohl den Key-Exchange-Algorithmus, die Cypher- und den Mac-Algorithmus festlegen kann. Und man ist in diesem Punkt unabhängig von OpenSSL. Viele Programme, wie zum Beispiel der Apache, verlassen sich auf die OpenSSL-Libraries, die auf dem System installiert sind und können nur anbieten, was diese entsprechenden Libraries ihnen zur Verfügung stellen. Der SSH-Server hat eigenständige Implementationen dabei und je nach Version habt ihr dann Zugang zu sicherer Krypto. Wieso ist das wichtig? Wenn ihr das Ding nicht mit entsprechenden Cyphers im SSH-Bereich konfiguriert, kann es passieren, dass ihr auch zum Beispiel in der RC4-Cypher rutscht. Wenn ihr einen ein bisschen älteren Server habt, das wird als generell nicht mehr sicher angesehen. Oder dass der Mac, also der Hashing-Algorithmus, der die Authentizität der gesamten Nachricht sozusagen prüft, also die Signatur schlussendlich, dass der nicht mehr der aktuellste ist und vielleicht SHA-1 sich nennt. Das ist neuart rausgeflogen aus den aktuellen Standards und sollte ja nicht mehr verwendet werden. Ja und letztendlich Public Key versus Strong Password. Es gibt da zumindest in meinem Freundeskreis immer mal wieder Dispute drüber. Public Key-Verfahren bedeutet im Prinzip, dass ihr einen privaten Schlüssel habt, der liegt bei euch auf dem Laptop und ihr könnt damit das Schloss auf dem Server aufschließen. Das Problem beim Public Key-Verfahren ist, was passiert, wenn der Key abhanden kommt? Gut hat man sich gedacht, man kann den Key auch verschlüsseln. Das heißt, ihr braucht, um euren privaten Key auf dem Laptop aufzumachen, einen Schlüssel. Das ist im Moment geltender Standard und auch sehr praktisch, bis zu dem Moment, wo man länger nicht auf die Maschine verbindet und vielleicht nicht mehr weiß, wie dieser Schlüssel hieß, wie das Passwort war. Und dann hat man ein Problem. Und zwar ein richtiges. Starkes Passwort bedeutet, dass Passwort-Authentication an ist. Passwort-Authentication öffnet Brutforce Tür und Tor. Aber da gibt es solche brillanten Sätze von Leuten wie, naja, darum wird sich der Passwort-Timeout kümmern. Man kann mit der Einstellung rangehen, funktioniert langfristig nicht. Selbst mit einem Fail-to-Band dahinter ist das eine Frage, wie storisch jemand versucht, da einzubrechen. Ich persönlich setze im Moment auf ein Public Key-Verfahren und würde das auch weiterempfehlen. Das ist allgemein anerkannter Standard. Der Apache. Neben seiner Haupttätigkeit als Indianer ist der Apache zusätzlich noch ein bekannter Web-Server, der relativ weite Verbreitung findet, so rum, und auf sehr vielen Systemen installiert ist. Es gibt jetzt mittlerweile Engine X, es gibt den Light-HTBD und es gibt andere Web-Server, die stark auf dem Vormarsch sind. Viele Systeme werden aber immer noch mit dem Apache unten drunter betrieben. Sei es im Backend, sei es sonst wo. Apache ist dadurch, dass er die meistgenutzte Software ist, in diesem Bereich relativ sicher. Für den Core-Server an sich sind sehr, sehr wenige Exploits erschienen in den letzten paar Jahren. Sie patchen sehr, sehr schnell und die meisten Sicherheitslücken, die derzeit auftreten, betreffen die Mods, die man in den Apache einhängen kann. Es ist allerdings so, dass Apache OpenSSL abhängig ist. Das heißt, er benutzt die Library von OpenSSL, um verschlüsselte Verbindungen herzustellen. Um genau zu sein, ist es der ModSSL, der in den Apachen eingehangen wird. Und da ist man so ein bisschen dann von der Gnade seines jeweiligen Betriebssystem-Vendors abhängig. Je nachdem, wie schnell die patchen. Auf einem älteren Debian-System kann das einen Weichen dauern. Auf Bleeding Edge geht es sehr zügig, aber man muss Sicherheitspatches regelmäßig nachinstallieren. ist man da ein bisschen ausgeliefert. Zum Thema der OpenSSL und Web-Krypto kommen auch noch. So, wir haben jetzt fuba.com. Wir haben eine Domain gemietet. Yay! Jetzt wollen wir uns ein bisschen Content dahinter legen. Da machen wir erstmal einen Virtual Host im Apachen auf, um da so Content irgendwo in der Directory abzulegen, die der dann im Web anzeigen soll. Dazu kommen wir wieder auf unsere User zurück. Wir erinnern uns, wir haben einen SFTP-Nord angelegt und der www.data, den der Apache mitbringt. Und das Dateisystem sieht dann so aus. Wir haben unter, das ist jetzt Debian-artig entnommen, unter www.daswebverzeichnis liegen, erstellen dort die Directory of Nord.com und diese SFTP-User sammeln wir allesamt in der SFTP-Group. Diese SFTP-Group hängt wiederum in der www.data-Group. Das ermöglicht uns den Zugang zum Fnord-Verzeichnis, fnord.com, als SFTP-User. Wir haben aber keine Rechte, dieses Verzeichnis zu ändern, zu modifizieren oder sonst irgendwas darin zu machen, außer weiterzugehen. Wir können in das Verzeichnis HTTP-Docs dann wechseln. Und auf dieses Verzeichnis hat der SFTP-User und seine Gruppe volle Rechte und kann dort Daten hochladen, verwalten, verändern, löschen etc. pp. Das gibt uns an der Stelle den Vorteil, das sollte auf dem Web-Server mal irgendetwas passieren, bleibt es eingeschränkt auf den User SFTP-Nord, der, wie wir wissen, in einem lustigen kleinen CHJ steckt und keine Möglichkeit hat, außerhalb seines Verzeichnisses irgendeine Art von Aktion zu betreiben. Das ist so eine Sicherheitsmaßnahme, mit der man relativ einfach ungemach abwenden kann. Mod SSL, das ist ein Zusatz, der für den Apache installiert wird und aktiviert werden muss. In der Regel ist er bei der Default-Installation schon eingeschaltet. Und Mod SSL ist in seiner Konfiguration mittlerweile sehr komplex geworden. Es gibt eine Vielzahl an Optionen, wie man seinen Server einstellen kann und was man mit dem gesamten Modul machen kann. Wir können es zur Zugangskontrolle verwenden. Wir können damit unsere Webseite per TLS absichern. Und wir können damit auch Seiten so sichern oder andere Zugänge zu anderen Optionen über einen Proxy sichern. Das heißt also, wir können im Backend vom Server Sachen laufen haben und den Proxy, der dazwischen geschaltet ist, den können wir ebenfalls über eine Authentifikation mit TLS absichern. Dann gibt es noch die schönen Header. Das ist ein anderes Modul zwar, gehört aber auch so ein bisschen zur Frontend-Sicherheit von den Web-Servern. Es gab heute einen sehr ausgezeichneten Talk zu diesem Thema, in dem ich auch beigewohnt habe. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auf diesen Talk verweisen und das Thema überhaupt gar nicht lange durchkauen, denn das wurde da sehr eindrucksvoll und deutlich dargestellt. Und die Cypher-Suites. Eine Cypher-Suite bezeichnet eine Gruppe von Verschlüsselungsalgorithmen, also eine Kombination von Verschlüsselungstechniken, mit denen eine Webseite aufgerufen werden kann und die sicher betrieben werden kann. Das ist beispielsweise TLS 1.2, das ist alles spezifiziert und per RFC im Internet auch nachlesbar, was dazu alles zugehört. Eine Cypher-Suite an sich, also als Definition, kann sowas hier sein. TLS, DHE, RSA, AES 128, GCM, SHA 384. Gesundheit. Was das heißt, wir benutzen TLS. Wer sich erinnert, der Vorläufer hieß SSL, gab es in Version 1, 2 und 3. Wir sagen heute noch ganz gerne SSL verschlüsselt. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass wenn TLS 1, 2 tot ist und wir irgendwie schon vier Systeme weiter sind, Menschen immer noch sagen werden, ist das SSL verschlüsselt. Aber das wird die Zeit zeigen. Wir haben hier an dieser Stelle den Key-Exchange-Algorithmus, mit dem das Ganze anfängt. Das ist Diffie-Hellman, mit dem der Schlüssel zwischen dem Client und dem Master ausgetauscht wird. Wir haben den Authentication-Algorithmus, mit dem die Authentifizierung sozusagen erstmal hergestellt wird, also mit dem wir die jeweilige Gegenseite authentifizieren können. Wir haben dann die tatsächliche Cypher an sich. Das ist in diesem Fall AES mit 128-Bit und dem Gaului-Counter-Mode. Das ist zuerst der Algorithmus, dann die jeweilige Schlüsselgröße und der Betriebsmodus. An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass es AES auch mit 256-Bit gibt, aber es gibt einen länglichen Beitrag von Bruce Schneier. Es gibt einen länglichen Blockbeitrag von Bruce Schneier, in dem er erläutert, dass mit einer größeren Schlüsselgröße, also einer größeren Keysize insgesamt, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Cypher faktoriert werden kann, dass es angreifbar ist. Gaului-Counter-Mode zum Schluss ist der Betriebsmodus. Der Betriebsmodus gibt vor, wie im Prinzip AES implementiert wird, also wie das Ganze betrieben wird. Das gibt es in verschiedenen Optionen. Im Moment ist GCM der einzige Betriebsmodus, der weitestgehend noch sicher ist. Es gibt gerade eine Neuauflage für TLS 1.3. Da wird noch viel auf uns zukommen. CBC ist im Moment, um kompatibel zu bleiben, eine Alternative. GCM ist, der Begriff ist AHAT. Das bedeutet, das wird für Authentication und zusätzlich für Encryption benutzt. Also man kann parallel anhand dieses Betriebsmodus sehen, ob die Nachricht modifiziert wurde, weil eine Signatur dabei ist. Das hat CBC zum Beispiel nicht. Der Betriebsmodus bringt uns deliktig eine Verschlüsselung. Und dann noch die MAC. Das ist der Signatur-Algorithmus, der zum Schluss dann eine Signatur drüber legt oder auch währenddessen. Das hängt davon ab, in welchem Betriebsmodus die MAC läuft. Es gibt Encrypt-then-MAC, Encrypt-and-MAC und MAC-then-Encrypt. Diese Modi haben verschiedene Vor- und Nachteile. Für SSH wird zum Beispiel Encrypt-then-MAC verwendet. Für TLS ist es in der Regel Encrypt-then-MAC ebenfalls. Und um das mit dem RSA noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, weil diese Crypto-Foo ist ein bisschen freaky. Das habe ich einem Beispiel entnommen, das Nick Sullivan mal erarbeitet hat. Wir haben bei RSA zwei Primzahlen. Wir nehmen da jetzt mal die 13 und die 7 für. Wir faktorieren diese Primzahlen, also nehmen mal und erreichen 91. Das ist eine sogenannte Trapdoor-Funktion, also eine Falltür-Funktion. Die Multiplikation von Primzahlen ist relativ einfach. Rauszufinden, auf welche Primfaktoren das zurückzuführen ist, ist relativ schwierig. Das ist also mathematisch-technisch gesehen eine ziemliche Einbahnstraße und die meisten Krypto-Funktionen zielen genau darauf ab. Ich habe das jetzt einmal visualisiert. Wir haben eine Public-Ziffer von 5 und mittels eines linearen euklidischen Algorithmus erreichen wir die Private-Ziffer 29. Das Max, was da oben steht, ist eine sogenannte Obergrenze und wir können uns jetzt einen Zahlen-String vorstellen, der von hier bis da drüben reicht, beginnt mit der Ziffer 0, enden mit der Ziffer 91. Und dann funktioniert das so, dass wir zum Beispiel den Buchstaben A verschlüsseln wollen. A liegt praktischerweise irgendwo auf diesem Zahlen-String, hat die Nummer 65, wenn wir jetzt mal von der UTF-8-Ziffer ausgehen. Und wenn man den Buchstaben A verschlüsseln möchte, dann nehme ich diese UTF-8-Ziffer 65 und faktoriere sie 5 Mal mit sich selber. Das sieht dann so aus, dass wir die erst mal 65 mal 65 nehmen und dann mit dem jeweiligen Rest der übrig bleibt, in diesem Fall 39, wenn man das Ganze wieder durch 91 wenn man das mit auf die 91 unser Maximum einmal rechnet. Das ist der Überschlag. Also wenn ich hinten bei der 91 angekommen bin, fällt der runter, läuft hier hin zurück und fängt hier wieder an. Dann macht er das so lange, bis die 91 Mal um sind, bis die Ziffer leer gelaufen ist sozusagen, also bis er im Prinzip 4.225 Schritte getan hat. Und wir wissen, dass das nicht ganz teilbar durch 91 ist, sondern dass er 46 Mal umläuft und dann noch 39 Schritte Rest hat. Das heißt, die Restzahl ist 39 und mit 39 machen wir das Ganze nochmal vier Mal. Ironischerweise kommt das bei dieser Ziffer ziemlich genau auf 39 wieder raus. Zum Schluss. Das heißt, unsere verschlüsselte Zahl, also 65 encrypted mit RSA, im Moment ist 39. Wenn ich das jetzt wieder entschlüsseln möchte, wir erinnern uns, wir haben einen privaten Schlüssel, müsste ich das Ganze 29 Mal faktorieren und ich würde dieselbe Zahl erhalten, die 65 wieder. Und diese gesamten Angriffe, die im Moment dagegen gefahren werden können, basieren auf dem Guessing des Maximums. Wir haben ein Maximum von hier 91 und wenn ich mich diesem Maximum nähern kann, kann ich Aussagen dazu treffen, wann dieser Überschlag passiert. Andern dessen kann ich die Anzahl der Durchläufe berechnen und damit kann ich ordentlich was anfangen, denn damit beschleunigt ein mögliches Brutforschen nach dem Schlüssel signifikant. Factoring-Angriffe gab es eine ganze Reihe und wir werden davon auch erstmal weiter nicht verschont bleiben, denn selbst mit moderner Krypto im Bereich, da komme ich jetzt gleich zu, elliptischen Kurven ist es noch möglich. Es ist allerdings signifikant schwieriger geworden. Denn irgendjemand hat gesagt, wir brauchen mal so eine bessere Falltürfunktion, die hier tut nicht mehr und dann hat man sich so einen Mathematikprofessor genommen, ein bisschen auf den eingeredet und nach einiger Zeit fiel dann unten die Idee raus, dass man elliptische Kurven benutzen könnte. Dann verändert sich unser String so ein bisschen, wir sehen, der hintere Teil ist gleich geblieben, der vordere hat sich ein bisschen verändert. Das ist Elliptic Curve DeFi-Helmen mit dem ECDSR-Algorithmus zur Authentication und dafür stehen uns verschiedene Kurven zur Verfügung, um das mal näher zu beschreiben. Das da ist eine elliptische Kurve mit dieser vereinfachten Funktion, die daneben steht. Elliptische Kurven haben die Angewohnheit, immer an der x-Achse gespiegelt zu sein. Und jetzt machen wir mal ein kleines Experiment daraus. Ich werfe jetzt diesen... Audio! Bring dir mal noch mal jemand eine Mate. Mein Gott. Ich werfe jetzt diesen Ball einmal ins Publikum und wenn wir jetzt eine elliptische Kurve hier hätten und dieses elliptische Kurvensystem so wie da oben, wenn ich da oben irgendwo rauslaufe, komme ich unten ja wieder rein. Das heißt, wenn ich jetzt den jungen Mann hier auf der Ecke anspiele, würde ich da hinten irgendwo wieder rauskommen. Jetzt machen wir das mal... So, einfach mal weiterwerfen das Ding, möglichst in einer relativ geraden Linie zu dir. So, und jetzt du noch mal an der geraden Linie weiter nach hinten. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Punkt A, B und C. So, wir wissen, dass durch Punkt A und B Punkt C beschrieben wird. Das heißt, wir haben zwei Koordinaten. Jetzt macht diese Funktion folgendes. Wenn wir die x-Achse jetzt mal so schräg durch den Raum ziehen und das hier ist Plus und das da ist Minus, dann geht sie bei Plus, also dann wird der Ball bei Plus in die Richtung geschifftet, also in Richtung x-Achse und wird zwangsweise auf dem nächsten Punkt der Kurve auftreffen. Bei Minus würde er in die Richtung gehen. Das heißt, du müsstest den Ball jetzt ungefähr da in die Ecke spielen. Vorsicht! So, dann haben wir einen Dot erzeugt. Das heißt, das wird, dieser A, B, C-Schritt wird als Dot bezeichnet. Das ist eine Operation. Wenn ich mir jetzt die... Club Marte? Wenn ich jetzt diese Operation von euch ungefähr dreimal machen lasse und ich mich dabei umdrehe, dann weiß ich, wo der Ball ist. Ich weiß aber nicht, wie oft ihr gespielt habt. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding dahin gekommen ist, wo es dann liegt. Und das ist der Trick bei elliptischen Kurven. Ihr könnt... Danke. Ihr könnt ein... ziemlich easy den Ball irgendwo hinspielen, aber es ist unglaublich schwierig rauszufinden, wie das Ding dahin gekommen ist. Das ist eine perfekte Falltür. Wie das dann im Einzelnen hinten funktioniert, wir haben eine... Auch das klappt wieder hier nur mit Primzahlen. Wir haben ein Prime Maximum. Dann nehmen wir da noch die Kurvengleichung einher, zum Beispiel die wir da oben stehen haben. Und einen Public Point. Also das ist unser Startpunkt, Punkt A in dem Fall. Das heißt, der sympathische junge Mann da vorne. Dann haben wir den Private Key. Der Private Key wird auch noch aus einer Primzahl gezogen und den Public Key. Und der Public Key ist der Public Punkt, also der Public Point, da vorne, der so lange gedottet wird, also so lange Operationen durchführt, wie die Primzahl vom Private Key das von ihm möchte. Das heißt, wir haben jetzt eine Primzahl bei 17, nehmen wir 17 an Hand. Dann führt ihr diese Operation 17 mal durch und dann haben wir den Public Key erzeugt. Was wir gerade jetzt durchgeführt haben am plastischen Beispiel, nennt man einen diskreten Logarithmus elliptischer Kurven und darauf fußt diese ganze Krypto eigentlich auf. Das Problem mit diesen Kurven ist, sie sind alle NSA approved. Jeder einzelne von denen ist vom National Institute of Standards and Technology approved worden. Da hat überall die NSA ihren Stempel drunter gesetzt und wir erinnern uns, vor ein paar Jahren gab es mal jemanden, der sich in die Richtung russische Föderation abgesetzt hat und so ein paar Dokumente veröffentlicht hat über so eine Plattform und dann war es rausgekommen, dass das vielleicht keine so geile Idee ist, die NSA irgendwie an Krypto ranzulassen, die wir weltweit und öffentlich ausrollen. Hilfe ist unterwegs. Die Männer, die auf Kurvenstarren helfen an der Stelle. Natürlich sind es nicht nur Männer. Curve 25519 ist da ein gutes Beispiel. Die wurde von Daniel Bernstein entwickelt oder gefunden, besser gesagt. Diese Kurve hat ein paar sehr schöne Eigenschaften. Zum Beispiel ist sie so geformt, dass man damit einen Side-Channel-Angriff vollständig ausschließen kann. Also es ist mathematisch nicht möglich, einen Side-Channel-Angriff gegen diese Kurve zu fahren. Das Problem, die kann man nicht so einfach standardisieren, denn die braucht eine eigene Implementation und die gibt es zwar, aber sie sind halt noch dabei, da einen Haken drunter zu setzen. Die wird aller Wahrscheinlichkeit mit TLS 1.3 kommen. Ja, Mod Security. Nach dem kurzen Ausflug in die Krypto. Mod Security ist das Sendmail unter den WAV-Lösungen eigentlich so. Eine WAV ist eine Web-Application-Firewall und dient eigentlich so dazu, den Datenstrom innerhalb einer Applikation zu kontrollieren und mal rauszufinden, was geht eigentlich da drinnen vor und geschieht das alles mit rechten Dingen. Das Sendmail unter den WAV-Lösungen, deshalb, wer kann Sendmail hier konfigurieren, ohne Makros zu verwenden? Audio, bitte einmal zirpende Grille einspielen. Danke. Wer kann es mit Makros konfigurieren? Genau. Ähnlich verhält es sich mit der Anzahl der Leute, die ich kenne, die entsprechende Rules für die, den Mod Sekt 2 schreiben können. Es ist trotzdem ein sehr, sehr geiles Tool. Man muss sich sehr stark damit beschäftigen, aber es bringt bestimmte Applikationsfilter schon mit. dieser Mod hängt sich in den Datenstrom des Apache-Servers und analysiert diesen. Wir können das vereinfacht mal dadurch darstellen, dass wir jetzt zum Beispiel ein Eingabefeld haben. In dieses Eingabefeld können User nur Zahlen einschreiben und wenn versucht wird, irgendwas anderes da reinzuschreiben, soll der Server reagieren. Wir können dann eine entsprechende Rule für den Mod Security schreiben, der sich dann reinhängt und guckt, okay, Zahl, 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 passt, passt, passt und im Falle eines Verstoßes einen entsprechenden Log-Eintrag erzeugt. Der hat seine eigene Log, die wieder von Fail-to-Ban gepasst werden kann. Der Log-Auszug von vorhin war eine solche Web-Application-Security-Log beziehungsweise das ultimative Ergebnis daraus. Mod Security hat leider nicht nur Vorteile, man braucht eine ganze Weile, bis man damit erstmal klarkommt. PHP-Applikationen sind etwas unbequem, man muss etwas länger daran rumdoktern, bis das mit ModSec ernstständig läuft. Es tendiert dazu, mit dem Standard-Regelset und unter Verwendung von Acme-Tools Let's Encrypt nicht zuzulassen, weil da wird irgendwas in so eine komische Directory mit einem Punkt geschrieben und dann greift da noch irgendein Server aus Ami-Land drauf zu, irgendwas ist, nee, das ist fischig, das mache ich nicht. Bonuspunkte, wenn man das erst mitbekommt, nachdem die Zertifikatwarnung gekommen ist. Mod Security hat dennoch, zumindest in meinem Fall, mehrfach verhindert, dass größere Probleme aufgetreten sind, also wenn man zum Beispiel eine verwundbare Software-Version von WordPress auf dem Server hat und es tatsächlich hingekriegt hat, die entsprechenden Rules einmal so aufzubauen, dass sie für einen passen. Es gibt im Falle von WordPress ganz konkret auch ein Reset aus dem Internet, das man verwenden kann. Dann kann dieser Server, kann ModSec tatsächlich dafür sorgen, dass ein Angreifer auch bei bestehenden Problemen mit einer Applikation nicht weiterkommt. Hier ist ein Hinweis an die Entwicklungsabteilung, nur weil das blockierbar ist, heißt das nicht, dass ihr den Bug nicht fixen müsst. Das war damals bei uns eine der genialen Anregungen des Leiters Entwicklung. Top. Um vom Apache uns mal ein bisschen zu entfernen, haben wir den Audit D. Audit D ist ein systemseitiger, ja, ist ein systemseitiges Programm, das aus zwei Komponenten im Prinzip besteht und System-Events, Dateien und Services überwachen kann. Das ist im Prinzip so ein bisschen das allsehende Auge, das aus zwei Teilen besteht. Wir haben einen Prozess und einen, äh, nicht einen Process, ups, wir haben einen, einen kernelnahen Prozess und wir haben einen Demon. Der kernelnahe Teil startet in der Regel direkt mit, der Demon wird dann systemseitig gestartet und die haben eine Arbeitsteilung, der kernel sammelt alles und der Demon verarbeitet die Daten dann. Was tut das Ding? Es ist im Prinzip eine fancy Version eines regelbasierenden Event-Loggings. Ich kann zum Beispiel auf meine Pass-WD-Datei einen, ähm, Check legen, dass der einmal prüft, wird das Ding angefasst, wird es nicht angefasst, wenn es angefasst wird, schreibe einen Log-Eintrag und erfasse, welcher User, welche Session, wann, wie, wo, warum und überhaupt. das ist zunächst erstmal relativ unspektakulär, ähm, es wird signifikant lustiger, wenn man das Ding hinten an Feld-to-Ben rangewartet, ähm, dann hat man nämlich plötzlich die Möglichkeit, Aktion, Reaktion mit dem Ding zu spielen und das kann unter dem Fall von Audit D dazu führen, dass man, äh, folgendes tun kann, wir haben ein Web-Verzeichnis, dann haben wir ein System-Verzeichnis, irgendjemand schafft es, Kontrolle über den Server zu bekommen, ähm, sucht nach Passwort-Dateien, gibt diesen Feind-Command ein, als Reaktion wird nicht nur seine Session gesperrt, sondern gleich der HSN geblacklistet. Ist ein bisschen harsch, aber als Beispiel reicht es. ähm, Audit D, äh, wird zudem in verschiedene, äh, Sicherheitssoftware, kann in verschiedene Sicherheitssoftware eingebunden werden, ähm, ähm, das ist jetzt nicht mehr für den privaten Web-Server, aber wenn man zum Beispiel, äh, OS-Sec fährt oder CM-Systeme betreibt, werden häufig Audit D-Daten ebenfalls zur Analyse herangezogen, ähm, und mit einem entsprechenden Rollset betrieben. Der Nachteil an Audit D ist, dass man ein bisschen aufpassen muss, was man überwachen möchte und was man damit tatsächlich überwachen muss. Audit D, äh, ist ein bisschen sehr geschwätzig, ähm, das kann man mit dem Locklevel natürlich kontrollieren, ähm, auf einem Web-Server, der einen sehr hohen Traffic hat, zum Beispiel irgendetwas, das Tickets verkauft für so eine größere Veranstaltung am Jahresende, ähm, würde ich empfehlen, so eine Elastic Search-Datenbank da hinten ranzukleben, das könnte ein bisschen mehr werden. Gleiches gilt in diesem Fall übrigens auch noch für ModSec, ModSec, äh, schreibt ein bisschen längere Einträge. Ähm, ähm, und, ja, prinzipiell kann ich das Ganze auf ein paar Regeln im Moment nochmal runterbrechen, die ich euch mitgeben kann. Eine der Regeln, die ich, äh, als Operator gelernt habe, ist, make it a pain in the ass wherever possible. Kann ich die Verbindung zwischen zwei Systemen intern verschlüsseln? Ja. Ist das zwingend notwendig? Nein. Mach's trotzdem. Es ist nicht immer, ähm, ein unglaublich großer Aufwand, besonders wenn man viel automatisiert, ist es sehr einfach, das automatisch in Rollen einzubauen, dass zum Beispiel Zertifikate verwendet werden, um, ähm, Zugang zu, äh, internen Systemen zu bekommen. Die kann man mit dem AD gleichzeitig koppeln, dass die ausgerollt werden mit den entsprechenden Benutzergruppen. Man kann Verschlüsselung, äh, im Bereich von internen Webseiten einschalten, dass zum Beispiel das Monitoring-System, also die Oberfläche davon, das Grafana, das Wiki, sonst was alles nur noch über SSL erreichbar ist, ähm, moderne Protokolle verwenden, das hängt auch so ein bisschen davon ab natürlich, was man, wo man gerade unterwegs ist, wieder der Schnitt, privater Web-Server- Arbeitgeber, ähm, der IBM-Mainframe im Keller, auf dem noch das Cobol, äh, läuft und auf den wir eine Lebensversicherung abschließen mussten, auf den Administrator, weil wenn er stirbt, der Mainframe gestauscht werden muss, wird tendenziell die entsprechenden Verschlüsselungsalgorithmen nicht unterstützen, man kann da sicher eine Schnittstelle hacken, dürfte teurer sein, als einen neuen Mainframe zu kaufen. Ähm, privat ist das aber auf jeden Fall möglich, ähm, bei diesen Verschlüsselungen muss man immer beachten, dass es ein sehr, sehr großer Spagat ist zwischen, ich bin für alle erreichbar und ich habe wirklich, wirklich, wirklich sichere Krypto. Denn sichere Krypto bedeutet häufig, dass ältere Geräte, zum Beispiel Java-Devices, die mit einer Lib SSL 2 laufen, ja, mit einer Lib SSH 2 laufen, ähm, nicht mehr, äh, mitspielen wollen. Es gibt für ältere Android-Versionen, zum Beispiel das Programm Juice SSH, äh, das kommt mit, äh, Krypto oberhalb von, ähm, ähm, allem, was als Mac-Shar 1 einsetzt, nicht mehr klar. Weil halt die Library zu alt ist. Ja, Ports verschieben, wenn möglich, ähm, kann man für SSH machen. Für einen Web-Server ist das so semi- empfehlenswert, wenn man erreichbar sein möchte. Ähm, für Mails-Server ist das noch viel weniger empfehlenswert, wenn man erreichbar sein möchte. Ähm, andere Dienste, wie zum Beispiel, ähm, Minecraft-Server, Teamspeak-Server, eine Software, also Teamspeak ist ein bisschen problematisch, sagen wir mal Minecraft-Server, ähm, da kann man einen anderen Port einstellen und das ein bisschen schwieriger machen, ähm, als den Default-Port zu verwenden. So, Sicherheitsfood des jeweiligen Anbieters kann man auch nochmal checken. Viele, viele Anbieter, äh, bieten Application-Firewalls oder Firewalls an sich an, ähm, die man da konfigurieren kann. Hetzner ist ein Beispiel dafür. Und man kann sich diese zunutze machen, um da nochmal ein bisschen extra Sicherheit reinzubringen. Äh, man sollte sich eine Notiz auf den privaten Server dann hinterlegen, ähm, auch mal in das Web-Interface reinzugucken, wenn man dann zum fünften Mal seine IP-Tables-Regeln überprüft hat und sich wundert, wieso der Scheiß-Port immer noch nicht erreichbar ist. Automatisiert alles. Wenn es möglich ist, automatisiert es irgendwie. Es spart euch einen Haufen Zeit, einen Haufen Stress. Ähm, es vereinfacht Sachen wie die Log-Auswertung. Also, Logs kann man weitestgehend automatisiert auswerten mittlerweile, wenn die Applikation nicht zu groß oder zu komplex ist. Ähm, Konfigurations-Deployment kann man automatisieren. Dafür gibt's Ansible, um Chef oder Puppet. Ähm, Anliegen von Vos zum Beispiel im Apache steuere ich nur noch über Ansible, um das, ähm, deutlich einfacher zu machen. Und an der Stelle mit drei Ausrufezeichen. Idempotenz. Wer hat das Wort schon mal gehört? Wer von denen, die sich gemeldet hat, benutzt ein Ansible? Dachte ich mir. Idempotenz. Änderungen gibt es nur, wenn sich was geändert hat. Und das fasst das eigentlich sehr schön zusammen. Wenn ich ein idempotentes System habe, bedeutet es, dass ich den ganzen Kram mit Ansible manage zum Beispiel. Und das bedeutet, dass wenn ich da mein Repo einmal durchlaufen lasse und ich habe nichts verändert und ich habe es vor fünf Minuten deployed, ich keine Änderung registrieren sollte. Das hat den Vorteil, dass wenn man die Kiste mal länger nicht angefasst hat oder continuous deployment machen möchte oder, ähm, einfach mal nur so deployed und sich dann irgendwie in so ein paar Dateien was geändert hat, äh, die zum Beispiel für die Datenbankverbindung oder Passwort oder sonst was zuständig sind, ähm, man relativ schnell auf den Trichter kommen könnte, dass da was nicht stimmt. Denn es sollte sich nichts ändern. Idempotenz, ähm, wird, ähm, beim Arbeitgeber sehr hoch gehalten. Wir, äh, fahren unsere gesamte Infrastruktur mit, ähm, einem Ansible dahinter, der sowohl die Verwaltung übernimmt, als auch sämtliche Systembestandteile deployt. Ähm, das macht die Massenrollouts der Software sehr einfach und das macht die Massenrollouts vor allem von neuer Software inklusive Konfigurationsmanagement sehr einfach. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich Leuten mitgeben wollte, was ich mir gewünscht hätte, dass es mir jemand mitgibt, als ich damals vor zwölf Jahren diesen Server gekauft habe und ein Webinterface zum Verwalten brauchte. Vielen Dank. Fragen, Anregungen, Beschimpfungen, sonstiges? Ranz, dass sich, äh, Idempotenz mit Puppet nicht umsetzen lässt? Da vorne. Gibt es einen Grund, warum du Beta-Crypto.org nicht genannt hast? Ob es einen Grund gibt, wieso ich Beta-Crypto.org nicht genannt habe? Nein. Also, es gibt, ähm, im Internet eine ganze Reihe von Seiten, ähm, bei denen man, bei denen man sich informieren kann, ähm, welche, ähm, welche, ähm, aktuell sind, in denen auch aufgelistet wird, wie das Einzelne funktioniert. Ähm, ich persönlich empfehle, ähm, da, also Beta-Crypto ist eine Idee dafür, das funktioniert. Ähm. Ähm, ich persönlich empfehle jedem, der sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte, einmal das Observatory von Mozilla. Da kann man einmal so einen lustigen kleinen Scan gegen die Seite lostreten, äh, Randbemerkung hier, ich empfehle vorher nach Möglichkeit Mod-Security oder für mindestens den Feld der Ben auszuschalten, sonst gibt das wieder unnötige Seiteneffekte. Ähm, damit kann man seinen Server einmal prüfen und kriegt dann eine relativ genaue Vorstellung davon, was auf der Kiste auch abgeht. Das ist nur webseitig. Beim SSH, ähm, muss man mal gucken, NMAP hat ein Modul, mit dem man da rangehen kann und mal prüfen kann, welche Krypto man eigentlich überhaupt bei SSH zur Verfügung stehen hat und nach außen publiziert. Ähm, und schlussendlich gibt's, ähm, beim Observatory noch eine Unterseite, die sogar die jeweiligen, äh, Key-Stärken bei den Kurven anzeigt. Denn, ähm, selbst wenn wir nicht ICDSA verwenden, sondern normales RSA, können wir trotzdem Elliptic Curved Defi-Helmen verwenden. Elliptic Curved Defi-Helmen hat, äh, im Apache seit der Version 2.4.16 eine eigene Option, bei der sie, äh, unter Umgehung der API einen direkten System Call absetzen und, ähm, eine, mit der man eine stärkere Kurve einbauen kann. Da die alle von der NIST sind, ist es natürlich fragwürdig, aber, äh, die Standardkurve von 256, äh, Bit kann man da auf die 521er oder die 384er zum Beispiel verschieben. Ähm, dazu gibt's eine ausführliche und längliche Diskussion und auch anhaltende Diskussion, welche dieser Kurven am besten ist, ähm, kann ich im Moment keine konkrete Empfehlung zu abgeben. Frage oder Beschimpfung? Danke. Du hast jetzt Observatory schon genannt, äh, was hältst du denn von Mozilla's SSL Config Generator, der, der Configs für, äh, Apache, Nginx und so weiter automatisch ausspuckt, wo man dann einstellen kann, wie modern der Browser sein muss. Das wird ja von vielen Anfängern gerne genommen, um sich die Config für SSL zu generieren. Der spuckt ja unglaublich viele Optionen aus. Ähm, der Config Generator an sich ist ein sehr, sehr schönes Tool, um, äh, das zu vereinfachen für Anfänger, ähm, er deckt allerdings ein paar Use Cases nicht ab, äh, da geht's dann um zum Beispiel eine OSCP-Implementierung, ähm, wenn man, äh, mit Revoked-Zertifikaten arbeiten möchte, zumindest als ich ihn das letzte Mal, das letzte Mal verwendet habe. Ähm, ähm, aber als, äh, Tool für Anfänger, die sich gerade damit auseinandersetzen, ist das ganz wunderbar geeignet. Also, ich finde es großartig, dass Mozilla auch mit dem Observatory überhaupt einen Dienst zur Verfügung stellt, ähm, mit dem man sich aktiv darum kümmern kann und der einem auch wirklich sehr aktiv weiterhilft dabei, sich dort zu verbessern. Also, Zeit haben wir noch. Hatte ich befürchtet. Ähm, ich würde vielleicht einfach mal noch ein, zwei Sachen hinzufügen, die mir noch so durch den Kopf gegangen sind, äh, sind, weil ich bin vor ein paar Jahren genau an der gleichen Stelle gewesen, so dieses, ja, hm, eigener Rootserver, hm, will ich das wirklich? Ähm, man kriegt dann in der Regel ja irgendwie so zwei Empfehlungen, und zwar von der einen Gruppe Menschen, die sagen, ja, ich hab auf einer LAN-Party schon mal einen Teamspeak-Server aufgesetzt, da kann ein Rootserver jetzt nicht so groß anders sein. Die anderen sagen, mach das nicht, die Russen sind sofort auf deinem Server, du bist immer sofort am Arsch. Und es gibt eigentlich nur, häufig nur diese beiden Extremfälle, ähm, die haben mich damals ein ganzes Stück lang davon abgehalten, das irgendwie zu tun. Ähm, ich würde vielleicht einfach mal als Empfehlung sagen, ja, es ist definitiv anspruchsvoller, als mal irgendwo im Laden einen Teamspeak-Server aufzusetzen. Man sollte sich definitiv damit auseinandersetzen, und wenn man das das erste Mal macht, ist das kein Projekt für mal zwei Stunden eben vorm Schlafen gehen. Es ist aber auch nicht so gefährlich, wie es gerne schon mal irgendwie auf diversen Seiten irgendwo geschildert wird. Es ist also nicht so, dass, wenn man nicht irgendwie mit, weiß ich nicht wie vielen Zertifizierungen seinen ersten Server aufmacht, die Nordkoreaner direkt am ersten Tag vor der Tür stehen, oder in der Tür, ähm, wie gesagt, also, was du ja schon relativ ausführlich gezeigt hast, es gibt Themen, mit denen man sich ausführlich beschäftigen sollte, es ist aber irgendwie wirklich kein Voodoo. Und das einfach gleich nochmal als Empfehlung für die Leute, die halt irgendwie gerade darüber nachdenken, das irgendwie das erste oder zweite Mal zu machen und denken, ja, ich will aber nicht, dass der Russe bei mir zu Hause steht. Vielen Dank. Als persönliche Empfehlung kann ich da noch was hinzufügen. Das gab es zu meiner Zeit, TM, noch nicht. Man hat irgendwann sich mal gedacht, dass es total geil wäre, wenn man diese Computer nochmal ein bisschen kleiner baut und hat dann unter Zuhilfenahme von ARM-Prozessoren so kleine Dinger gebaut und die nach Waldbären benannt. So ein Raspberry Pi 3 kann erstaunlich viel Leistung rauspumpen hinten. Und wenn ihr einfach nur üben wollt, ist das eine total coole Spielwiese, um sich mit den meisten Sachen in dem Bereich bekannt zu machen, denn der überwiegende Teil von den Dingen ist portiert. Ich kann das auch gerne nochmal zeigen, wir haben ja Zeit. Ja, das ist ein Raspberry Pi. Vielen Dank an den Herren in der ersten Reihe. Bitte, ja, ja, bitte, bitte. Mal eine andere Frage. Wenn du dir jetzt wirklich so eine V-Server-Kiste da irgendwo gemietet hast als blutiger Anfänger, hast du darauf irgendwas implementiert und jetzt behauptet der Hoster, ja, also von deinem gemieteten V-Server sind angeblich irgendwelche Angriffe gestartet worden, ja, er hat ja auch angeblich eine E-Mail geschickt, von der du allerdings nichts weißt und irgendwann stellst du fest, hoppla, mein Server ist nicht mehr erreichbar, was ist denn los, rufst du dort an und kriegst dann gesagt, ja, wir haben ihnen da irgendeine E-Mail geschickt, wir schicken sie ihn doch gerne wieder und du sollst irgendwelche Unterlassungserklärungen da unterzeichnen. Was würdest du jemandem raten, der damit überhaupt keine Erfahrung hat, wie er sich in so einem Fall verhalten soll? Das ist ein ziemlich schwieriger Fall. Also die meisten Hoster für den Privatbereich sind gewohnt, dass solche Dinge passieren und haben zumindest in einem Rahmen des Kundensupports da auch Verständnis für. Es ist aber letztendlich so, dass der Hoster dafür verantwortlich ist, also zumindest eine Teilverantwortung trägt in diesem Bereich und handeln muss. Wenn man sich in einer rechtlichen Bredouille befindet an dieser Stelle, kann ich nur sagen, Lawyer up, also wenn rechtliche Sachen mit Unterlassungserklärung oder sowas auf einen zufliegen, immer den Rat von einem Anwalt einholen. Da kann ich auch, das ist fallspezifisch wirklich, da kann ich nichts zu sagen. Generell sollte man sich mit dem Hoster-Support einmal auseinandersetzen und man sollte diese E-Mails tatsächlich sehr ernst nehmen, wenn sie denn auch vom Hoster kommen. Es gibt ja auch ganz gerne mal Spamwellen mit sowas. Wenn man so eine Mail erhält, mit dem Hoster direkt telefonisch in Verbindung setzen, gegebenenfalls auch mit einem Techniker sprechen, die können einem in der Regel sehr genau sagen, was los ist, können auch normalerweise Hilfestellung geben, um das Problem zu lösen. Denn letztendlich lebt dieser Hoster davon, dass seine Nutzer bei ihm kaufen, dass diese Server laufen und sind natürlich daran interessiert, dann auch entsprechenden Support zu leisten. Sollte man nicht überstrapazieren, aber in so einem Extremfall habe ich sehr häufig erlebt, dass sie problemlos Hilfestellung geben. Ja, wenn dann keine Fragen mehr sind, dann würde ich das auch an dieser Stelle abschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Remote oder Grauhut. Vielen Dank. Applaus